Herzlich Willkommen aus der Orangerie in Ludwigslust zu einem neuen TV-Talk Stadt, Streit, Kultur. Zum Thema drei Städte, eine Vision, Wirtschaftsregion A14. Es diskutieren der Bürgermeister der Schlossstadt Ludwigslust, Reinhard Mach. Seine Stadt wirbt mit dem Slogan Lust auf Leben. Aus Grabo ist der Bürgermeister Stefan Sternberg dabei. Bunte Stadt an der Elde lautet sein Slogan für seine Stadt. Doreen Radelow ist die Bürgermeisterin von Neustadt-Gelewe. Das Tor zur Lewitz ist der inoffizielle Slogan für die Stadt mit Burg, Schloss und See. Für den Zukunftsspezialisten für Stadt und Land ist Kilian Schache von der CIMA Beratungs- und Management GmbH Gast in unserer Runde. Aus der Orangerie in Ludwigslust begrüßt sie unsere Moderatorin Dr. Gesine Selig. Herzlich Willkommen liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich Willkommen auch in die Runde. Lassen Sie uns zuerst einen Film ansehen zur Vision dreier Städte und ihrer Vermarktung. Ludwigslust, Grabo und Neustadt-Gelewe. Jede Stadt hat ihre Alleinstellungsmerkmale, ihre besondere Mentalität und Charakteristik. Aber seit drei Jahren suchen die Städte nicht die Unterschiede, sondern vor allem die Gemeinsamkeiten. Und das sind in erster Linie die Zukunftschancen im Zusammenhang mit dem Autobahnbau A14. Gemeinsam sind wir stärker, könnte der Slogan des Projektes lauten, das seit zwei Jahren vorangetrieben wird. Zusammen mit Landkreis- und Wirtschaftsförderung, gefördert über das Wirtschaftsministerium, wollen die Städte, Gewerbeflächen, Tourismus und Wohnen gemeinsam entwickeln. Das Ziel dieses Regionalmanagement-Prozesses ist es, Synergien zu erzeugen, Aufgaben zu teilen, Kooperation zu fördern, um den größtmöglichen Nutzen für alle zu erzielen. Am 18.04. gab es ja den Startschuss für das Regionalmanagement der Wirtschaftsregion A14. Herr Schache, ich möchte Sie kurz fragen, Sie stehen ja oder sind heute hier als Vertreter der CIMA. Was steht dahinter und darf ich auch gleich fragen, welchen Auftrag haben Sie für die Region? Also wir als CIMA sind ein Beratungs- und Projektmanagement-Unternehmen, das deutschlandweit aktiv ist an verschiedenen Standorten. Ich persönlich komme vom Standort in Lübeck und wir wurden mit diesem Regionalmanagement beauftragt, nachdem wir schon das regionale Entwicklungskonzept für die Region durchgeführt haben 2014. 2015 wurde es vorgestellt und wir wollen dieses Ziel verfolgen, genauso wie die drei Städte, dass man durch Kooperation die Region stärkt und sie weiter nach außen und nach innen vermarkten kann. Und welche Kompetenzen haben Sie konkret für dieses Projekt? Das ist ja ein großes Projekt für die Region. Das Unternehmen CIMA, also wir auch am Standort Lübeck, sind in verschiedenen Geschäftsfeldern aktiv, beispielsweise Gewerbeflächenentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Immobilienentwicklung, Einzelhandel. Also ich möchte sie jetzt nicht alle aufzählen, aber wir haben ein sehr breites Kompetenzspektrum mit verschiedenen Kollegen, die da Experten in ihren Bereichen sind. Das heißt, wir können individuell natürlich immer auf die, wo es gerade brennt, darauf können wir immer eingehen und natürlich auch die Projekte abarbeiten, die wir in diesem Regionalmanagement haben. Frau Radelow, als Bürgermeisterin von Neustadt-Glebe möchte ich von Ihnen wissen, was zeichnet Ihre Stadt aus, wenn es um die Entwicklung der Stadt geht und auch gerade in Bezug zum Regionalmarketing? Warum ist Neustadt-Glebe genau auch in dieses Projekt mit einbezogen worden? Also als erstes, so auf Anhieb fällt mir da bei uns der Tourismus ein. Neustadt-Lewe liegt inmitten der Lewitz, nennt sich nicht umsonst Tor zur Lewitz. Und Tourismus, Kultur, das sind für uns ganz wichtige Faktoren. Als zweites fällt mir auch ein, wenn es um die Wirtschaft, Wirtschaftsförderung angeht. Neustadt-Lewe hat das Ziel, CO2-neutrale Stadt zu werden. Wir haben Erdwärme bei uns im Angebot und das ist, denke ich mal, für bestimmte Unternehmen, die sehr umweltfreundlich produzieren wollen, auch ein wichtiger Faktor. Das sind so zwei Sachen, die mir sofort einfallen. Und Vermarktung heißt ja sozusagen das Wort, was jetzt als Dach aufgebildet wird. Sind da schon erste Sachen gelaufen, wo Sie sagen, das hat genau auch meiner Stadt geholfen oder das kann auch der Weg sein, wo es weitergehen muss? Also wenn ich im Bereich Tourismus dran denke, dann ist es so, wir sind natürlich immer in Konkurrenz, wir als Region zur Ostsee, ist klar. Mecklenburg-Vorpommern wird für den Touristen zuerst mit der Ostsee verbunden. Und wir wollen natürlich erreichen, dass man in der Region vor Ort bleibt. Und Region ganz bewusst, nicht nur Neustadt-Lewe, sondern eben auch sagt, okay, ein paar Tage dort. Grabo hat Kultur und touristisch vieles zu bieten. Ludwigs Lust mit dem Schloss genauso, dass man es als Region betrachtet, um dort sich gegenseitig zu vermarkten und damit auch zu unterstützen. Herr Macht, Bürgermeister von Ludwigs Lust neben mir sitzend. Frau Rado, du sagst es auch schon oder erwähnte ja auch Ludwigs Lust. Ludwigs Lust ist bekannt durchs Schloss. Und trotzdem möchte ich Sie auch noch mal fragen, gibt es ein Alleinstellungsmerkmal, wofür Ludwigs Lust steht und sich dann auch einbindet in diese Regional-Marketing-Initiative, so nenne ich es mal? Ja, es gibt für Ludwigs Lust eine ganze Reihe von Alleinstellungsmerkmalen, die an der Stelle zunächst mal überhaupt gar nicht wichtig sind, wenn es ums Regional-Marketing geht. Es geht gar nicht darum zu schauen, was macht mich alleine stark, sondern es geht darum zu schauen, was können wir gemeinsam einbringen in eine starke Region. Weil am Ende ist es so, dass für die Menschen und für die Unternehmer eine starke Region wichtig ist. Weil was ich in der einen Stadt nicht finde, finde ich in der anderen Stadt oder in der nächsten Stadt. Insofern, klar, Ludwigs Lust, Alleinstellungsmerkmale allein mit dem Schloss und dem Schlosspark, aber auch mit der historischen Stadtanlage, haben wir ein Alleinstellungsmerkmal in ganz Norddeutschland, eine historische Stadtanlage, die auf dem Reißbrett konzipiert wurde und dann auch so gebaut wurde. Gibt es im Norden Deutschlands nicht noch mal, das gibt es noch mal in Süddeutschland, hier im Norden gibt es das nicht noch mal. Aber mir ist in besonderer Weise wichtig, mit dem regionalen Entwicklungskonzept die Kraft der Gemeinschaft zu nutzen und nach außen zu dokumentieren, hier ist eine Region, die gemeinsame Ziele verfolgt und die auch in die gleiche Richtung agiert, wenn es um Akquise für Unternehmen geht, wenn es um Lebensqualität geht, wenn es darum geht, um die Köpfe zu kämpfen. Das ist doch im Moment auch gerade so der Punkt, der für uns besonders wichtig ist. Wenn ich mit den Unternehmerinnen und Unternehmern spreche, dann sagen, unser größter Schwerpunkt ist, die Fachkräfte in der Art und Weise zu gewinnen, wie wir sie auch tatsächlich benötigen. Und da müssen wir gemeinsam stark sein, dass wir als Region nach außen ein Image haben, das dem entspricht, was die Unternehmer, was die Menschen sozusagen mit einem Wohlfühlaspekt, wenn ich das mal so sagen darf, auch verbinden. Sie sprachen jetzt an und sagten Gemeinschaft, das ist natürlich genau deswegen auch ganz wichtig. Wir sitzen ja deswegen auch hier in der Runde. Und trotzdem frage ich Sie nochmal, weil Ludwigslust ist natürlich, ich sage jetzt mal, ein Stück dadurch auch bekannter vielleicht als zum Beispiel in anderen Gemeinden. Bringen Sie, was Marketing eingeht, vielleicht etwas mehr mit? Oder können Sie Erfahrungen einbringen in diese Runde, wo Sie sagen, ja, wir sind ja doch irgendwo die Region oder haben entsprechende Erfahrungen? Also ich glaube, den beiden Kollegen nicht zu nahe zu treten, wenn ich sage, für den Tagestourismus hat Ludwigslust eine überregionale Bedeutung, die möglicherweise für Grabo und für Neustag Lewe in der Art und Weise nicht steht. Klar bringen wir da auch Erfahrungen mit ein, auch aus der Zusammenarbeit mit dem Schloss, das ja Gott sei Dank nicht der Stadt gehört, und mit dem Schlosspark, der Gott sei Dank auch nicht der Stadt gehört. Natürlich arbeiten wir mit denen, die Schloss und Schlosspark managen, auch zusammen und schauen sozusagen unsere Events, die wir machen, aufeinander abzustimmen. Aber genauso bringen die Grabo und die Neustadt auch Erfahrungen ein. In Grabo gibt es ein ganz tolles Burgfest zum Beispiel. Das ist ein ganz anderes Segment, auch kulturhistorisch ein ganz anderes Segment. Zieht, glaube ich, keine Ahnung, muss Frau Radelow sagen, 5.000 bis 10.000 Leute in jedem Jahr oder vielleicht sogar noch mehr. Und so bringt da jeder seine Stärken und seine Erfahrungen auch mit ein. Alles klar. Herr Sternberg, Bürgermeister von Grabo, und dort gibt es ja das schöne Naturschutzgebiet, die Lewitz, oder das Naturschutzgebiet Lewitz. Und als Gemeinde oder auch als Stadt, was mit ganz vielen Fachwerkhäusern ja auch ausgestattet ist unter diesem Thema Regionalmarketing. Wo sehen Sie da Ihre Stadt und warum sind Sie auch mit dabei bei dieser Entschließung dieser Region in der Form der Regionalmarketinginitiative? Also wir stoßen ja nur anderen, die Lewitz. Neustadt-Lewe liegt ja mittendrin sozusagen. Aber wenn man sich auf dieses alte historische Fachwerk bezieht, Grabo ist ja durch das arme Fachwerk sehr berühmt geworden, weil die Stadt ja innerhalb von zwei Jahren wieder aufgebaut werden musste. Und das war einfach auch damals schon ein Industriezweig. Denn das war die Forstwirtschaft, die am Ende den Graboern ermöglicht hat, durch eine große Schenkung des Herzogs, diese Stadt wieder aufzubauen. Und nichts anderes ist das, was wir heute auch mitbringen. Denn wenn wir uns ein bisschen zurückbesinnen, dann wissen wir, dass wir durch ökologische Wirtschaft, durch nachhaltige Wirtschaft in unserer Region richtig was schaffen können. Und zwar auch innerhalb von zwei Jahren wieder eine ganze Stadt aus dem Boden zu stampfen, die uns jetzt heute, so knapp 300 Jahre später, natürlich auch touristisch jetzt ein kleines Fund gibt. Denn wir sind mit fast 90 Prozent im Stadtkern geschlossener Fachwerkdecke eben sehr selten. Das gibt es so in dieser Form mit armen Fachwerk kaum. Aber ich glaube, es ist einer der vielen Punkte, der uns im Dreierteam auch stark sein lässt. Nämlich die Besonderheiten von Ludwigslust, von Neustadt und von Grabo, die am Ende im Panquet eine ganz lebenswerte Region macht. Und in diesen Besonderheiten sind dann wiederum auch schon andere Pflanzen gewachsen, die heute Weltruhm haben, die erfolgreiche Unternehmen sind. Und wenn ich jetzt an Ludwigslust der Fleischwaren denke oder an Graboer Süßwaren denke, wo stecken wir heute überall? Also wir Graboer wissen, dass vieles in den Regalen von Ikea ein Produkt aus Grabo ist, was eben international gehandelt wird. Und darum glaube ich einfach, dass, wenn man daran denkt, dass es mal vor 100 Jahren eigentlich nur um Pfeffernüsse für den Hof hier in Ludwigsfluss ging und heute ein Graboer Küsschen mit 7,2 Millionen Stück am Tag die Welt umkreist, dann muss ich sagen, das ist doch eine lebenswerte Region und eine, in der hoffentlich noch viele Unternehmen im Zuge der A14 investieren werden. Genau. Die Graboer Küsschen, die die Welt umruhen. Das ist ein schöner Satz, den werde ich mir merken. Herr Schache, wir haben jetzt ja gehört, welche Merkmale oder auch, dass die Gemeinschaft ja ganz wichtig ist. Und für mich möchte ich nochmal klären, das regionalen Marketing, mögen Sie es vielleicht auch nochmal unseren Zuschauern auch nochmal erzählen, gibt es Treffen, wie ist das organisiert? Also so ein Stück doch detaillierter nochmal, das wäre mein Wunsch. Ja, sehr gerne. Also wir als Regionalmanagement, wir treffen uns in einer Lenkungsgruppe mit den drei Städten, mit den Bürgermeistern und Mitarbeitern auch der Städte und mit unseren weiteren Partnern. Das ist einmal die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwest-Mecklenburg und der Landkreis ist auch mit vertreten in der Lenkungsgruppe im circa vierteljährlichen Rhythmus. Also wir peilen vier bis fünf Lenkungsgruppen an, wo wir einfach uns gegenseitig austauschen über den aktuellen Stand des Projekts. Was passiert gerade, wo hakt es, wo brennt es, wo haben wir Erfolge zu vermelden, was passiert auch in den einzelnen Städten, also der Austausch untereinander zwischen den Kommunen, aber auch mit uns als Projekt und wo natürlich die weitere Projektsteuerung angelegt wird, also wo Freigaben erteilt werden, wo abgestimmt wird, was passiert. Zwischendurch sind wir immer wieder im E-Mail-Kontakt, wir haben natürlich verschicken alles Mögliche, was wir an Informationen haben, wir lassen uns Rückmeldung geben. Und ja, unsere drei Hauptthemenfelder, das kann ich an der Stelle auch nochmal sagen, genau, wir haben gerade relativ viel zum Tourismus gehört, das ist einer der Schwerpunkte. Daneben noch Wohnen und natürlich Gewerbflächenentwicklung und Vermarktung. Das sind die drei Hauptthemenfelder. Und bis wann ist an sich die Initiative, bis wann läuft das Ganze? Wenn man sagt, jetzt ist man soweit, jetzt hat man zusammenentwickelt, jetzt können wir das nach außen noch mehr zeigen? Also wir als Regionalmanagement sind bis Ende Januar 2019 für die Region da. Und wir werden auf jeden Fall vorher natürlich schon Erfolge vermelden können, davon kriege ich sehr, sehr fest aus. Das verstehe ich und das denke ich, ist ja auch im Interesse aller drei anwesenden Partner oder Städte, ganz genau. Gut, Dankeschön erstmal. Jetzt haben wir eine Menge über Tourismus gehört und jetzt, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, möchten wir Ihnen einen kurzen Film über die wirtschaftliche Entwicklung der Region zeigen. Mit der Wirtschaftsregion A14 entsteht ein neuer, lukrativer Wirtschaftsraum, der gerade am Kreuz zur A24, der Autobahn zwischen den Metropolen Berlin und Hamburg, besondere Anziehungskraft für Ansiedlungen entwickeln kann. Schon heute sind die Gewerbegebiete gut frequentiert. Zahlreiche Unternehmen profitieren von der guten Verkehrsanbindung, den günstigen Gewerbeflächen und der guten Fördersituation in Mecklenburg-Vorpommern. Hier haben sich sogenannte Cluster entwickelt. Die Lebensmittelindustrie ist stark in der Region vertreten. Auch die Logistiker sind vor Ort stark und wachsen weiter. Wenn die A14 eines Tages komplett ist, wollen die drei Städte, Ludwigs Lust, Grabo und Neustadt-Glebe, vorbereitet sein. Herr Mach, Ludwigs Lust. Ich frage ganz konkret, welche wirtschaftlichen Potenziale hat Ludwigs Lust? Ja, das ist die Frage. Ich würde zunächst mal von denen ausgehen, die da sind. Kollege Steinberg hat es ja schon gesagt vorhin, Ludwigs Lust der Fleisch und Wurst waren ein Traditionsbetrieb mit einer ganz, ganz langen Tradition, mit einer, wie ich finde, in den letzten 15 Jahren erheblich erfolgreichen Entwicklung. Und insofern ist das so. Die tragen auch den Namen der Stadt in die Welt hinaus, zumindest in Europa. Wir haben ja auch einige andere ganz interessante Unternehmen. Ich meine, das Unternehmen Ratunde ansprechen darf. Die Ratunde-Leute haben eigentlich in der Garage mal angefangen. Ich will jetzt nicht von Silicon Valley sprechen, aber haben hier einen Standort entwickelt mit ungefähr 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und hatten schon auch Probleme, als die Finanzkrise begann, weil die Märkte weggebrochen sind, haben da sich, glaube ich, ganz, ganz schlau verhalten. Und inzwischen verfügen sie über ein fast ebenso gleiches Werk, wie hier in Ludwigs Lust steht, in Michigan in den USA. Machen Forschung und Entwicklung in Ludwigs Lust, produzieren hier für Europa und Asien und in den Vereinigten Staaten für den amerikanischen Markt. Und welche Forschung? Entschuldigung. Also die entwickeln ja ihre Produkte selbst. Sie machen also alles, was sie machen, machen sie aus einer Hand. Das macht das Unternehmen auch so extrem erfolgreich, weil sie kaum Fremdleistungen einbeziehen. Und in dem, was sie tun, ist es so, dass der Service für die hochkomplexen Maschinen, die sie entwickeln und bauen und verkaufen, eine ganz entscheidende Größenordnung ist. Und wenn ich für jede Baugruppe oder für viele Baugruppen, die ich zukaufe, den Service mir auch zukaufen kann, dann kann ich nicht so erfolgreich sein, wenn ich weltweit mit meinen Maschinen unterwegs sein will. Und das, so habe ich es wahrgenommen, möglicherweise würde Ulrich Ratunde das noch anders bezeichnen, ist sozusagen der Grundpfeiler des Erfolgs. Aber am Ende sind es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Grundlage des Erfolgs sind. Und das ist ein großes Fund, mit dem hier in der Region agiert wird. Wir haben mit der Firma Levens die Markisen herstellen und inzwischen auch Glasdächer, Entschuldigung, ein Unternehmen, die haben in Größenordnung Flächen dazu gekauft, um sich zu erweitern. Wenn ich in Größenordnung sage, dann meine ich halt nicht nur einen Hektar, sondern noch erheblich mehr als dieses. Das ist das, was wir hier so im Nahbereich der Stadt an erfolgreichen Unternehmen haben. Es sind auch andere da, die sind auch erfolgreich. Und dann haben wir ein Industriegebiet, gerade kürzlich entwickelt, direkt an der Autobahnabfahrt, wo die B5, die B191 und die A14 zusammenkommen. Und da ist es uns von der Erschließung, nee, anders, von der Übergabe des Fördermittelbescheids für die Erschließung bis zur Grundsteinlegung für die ersten Ansiedlungen, das hat zwei Jahre gedauert. Und das vom Kennenlernen des Unternehmers, der sich hier ansiedeln wollte, bis zur Grundsteinlegung, das hat elf Monate gedauert. Das zeigt auch nochmal, dass es greift, das regionale Entwicklungskonzept. Weil, wenn man sich das anschaut, wen wir alles brauchen, um sozusagen so einen Grundstein zu legen, auch welche Behörden wir brauchen für die Genehmigungen und dergleichen, dann ist da schon ein ganz starkes Zusammenwirken der Behörden untereinander in die gleiche Richtung spürbar. Und das hat uns der Unternehmer auch wieder gespiegelt. Alles klar. Frau Radelow, können Sie ähnliche Erfahrungen berichten? Herr Machert hat ja gerade auch erklärt, also Erschließung und auch eine relativ schnelle Möglichkeit, also sozusagen ein Gebiet zu entwickeln, eins, zwei, drei. Genau. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, ein neues Gebiet zu entwickeln, das ist natürlich auch Ziel von Neustadt-Lewe. Es gestaltet sich natürlich schwierig, wenn man so von Wald umgeben ist. Davon können meine beiden Kollegen ein Liedchen singen, wie schwierig das ist, dann Waldumwandlung und ein Gewerbegebiet zu entwickeln. Aber Neustadt-Lewe weiß, wie vorteilhaft so ein Gewerbegebiet unmittelbar in der Nähe der Autobahn ist. Wir kennen es in Neustadt-Lewe mit dem Gewerbegebiet an der A24, also an der Autobahn, so heißt das Gewerbegebiet auch. Das ist natürlich so ein Standort unmittelbar zum Vorteil, gerade auch für Logistikunternehmen, die dann natürlich kurze Wege brauchen, um dann auch ihre Waren transportieren zu können. Genau. Frau Radelow, wir haben gerade von Herrn Mach gehört, dass es ja auch um eine schnelle Entwicklung geht und dass es positiv ist für die Region. Gibt es bei Ihnen so etwas, wo Unternehmen, die bei Ihnen angesiedelt haben, auch Verbindungen zu den Städtegemeinden haben? Na, ich denke, ein wichtiger Faktor sind natürlich die Arbeitskräfte. Und wir merken es immer mehr, dass die Arbeitskräfte ganz, ganz stark nachgesucht werden, dass die Arbeitskräfte, um sie zu gewinnen, natürlich auch heißt, ein attraktives Lebensumfeld, Wohnraum, das man braucht, Bedarf an Eigenheimgebieten, Wohnraum passend für die Ansprüche von Familien, mit dem Ganzen, was drumherum ist, Schule, Kindergarten, Ärzte und so weiter und so fort. Und da ist es natürlich ein wichtiger Faktor zu schauen, dass man den Unternehmen auch entsprechende Angebote unterbreiten kann. Und es geht sicherlich auch darum, dass man in den Gewerbegebieten Firmen ansiedelt, aber es strahlt ja auf die ganze Region aus. Also es ist durchaus eben auch denkbar, dass wer in Ludwigslust oder in Grabo arbeitet, dann trotzdem auch in Neustadt-Lewe wohnt. Oder das vernetzt sich ja alles miteinander. Also man darf das nicht so engstürnig sehen. Nicht alle, die in Neustadt-Lewe arbeiten, die wohnen dort auch, sondern wir sind eine Region und es fließt ja in die Region und aus der Region, um dann gemeinsam davon zu profitieren. Also das, denke ich, ist ein wichtiger Faktor, das nicht so klein und klein zu sehen. Und was können Sie sagen zu diesem familienfreundlichen Arbeitgeber-Politik-Siegel? Das hat sich ja auch ein bisschen herumgesprochen. Was ist das? Also das ist eigentlich ein Projekt der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die dort ein Augenmerk drauf legt, Unternehmen auszuzeichnen, die eben besonders familienfreundlich sind. Also ich kann das, ich weiß das zum Beispiel am Beispiel in Neustadt-Lewe im Gewerbegebiet, bei uns Dockweiler, was sehr familienfreundlich ist, die selbst dieses Siegel noch nicht mal tragen. Aber das wäre so ein Beispiel, wo man sagt, okay, dass man gerne, um auch Fachkräfte zu haben und zu halten, besonders familienfreundlich ist und dort auch unterstützt und begleitet. Ich denke, das Klima in einem Unternehmen ist heute ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um dann auch die Fachkräfte langfristig zu halten im Unternehmen. Ja, das kann ich gut nachempfinden. Haben Sie so etwas auch, Herr Sternberg, im Grabo? So ein Siegel? Es ist ja immer auch eine Form von Vermarktung und auch eine Außendarstellung natürlich. Gibt es bei Ihnen so etwas auch oder etwas anderes, wo Sie sagen, darüber können Sie gerade, was die Wirtschaft angeht, sprechen? Ich glaube, in der heutigen Zeit gibt es kaum ein Unternehmen, was nicht mittlerweile etwas für die Familien macht, was Familienentlastung bringt und so weiter. Und ob es jetzt wir als Verwaltung sind, weil wir sind ja am Ende auch ein Unternehmen, ein steuerndes Unternehmen innerhalb einer Stadt, wo man verschiedene Möglichkeiten hat. Oder wenn ich auch sehe, was zum Beispiel jetzt auch bei Grauber Süßwaren mittlerweile gemacht wird, was vor Jahren auch noch ganz anders war, wieder betriebliches Gesundheitsmanagement stufenweise eingeführt wird und so weiter. Das sind alles auch Prozesse, die man gemeinsam gehen muss. Aber ich glaube, das macht das eigentlich am Ende auch so interessant. Und ich muss immer sagen, wenn man von einem Graboer Unternehmen spricht, finde ich zwar im ersten Moment hört es sich immer gut an, aber eigentlich ist es das ja gar nicht. Also ich könnte Ihnen zig Leute aufzählen, die bei Dockweiler arbeiten. Ich könnte Ihnen Leute bei Ludwigs Luster Fleischmann aufzählen oder auch Freunde von mir, die bei Ratunda arbeiten, wo ich einfach am Ende des Tages sage, genau das ist eben das, was wir jetzt machen, dass wir eben unsere Kräfte bündeln und sagen, wir sind eine Region. Natürlich sind wir Städte für uns in der Verwaltung allein gesehen, aber sind wir das? Also am Ende ist eine Entscheidung, die Ludwigs Lust trifft, genauso eine zentrale Entscheidung wie Grabo. Ich war vorhin gerade bei uns im Schwimmbad. Wir haben die Saison, wir haben am Sonntag den letzten Tag geöffnet, wir haben die Saison ausgewertet. Und es ist unglaublich schön, wenn man sieht, wie viele Kinder aus unserer Region, und ich meine fast den ganzen Landkreis Ludwigs Lust, Parchin bei uns in Grabo schwimmen lernen können und dass wir es ermöglichen. Und das ist ein Projekt der Stadt Grabo, aber am Ende für eine ganze Region. Und das macht Spaß. Die Ludwigs Lust der Schulen kommen, wir hatten auch aus Neustadt eine Projektgruppe da. Und das ist schön, das macht Spaß. Und auf diesem Weg sind wir jetzt wirtschaftlich eigentlich gemeinsam. Ja, Sie sind gut unterwegs, das hört sich danach an. Sehr schön. Herr Schacher, in der Runde jetzt auch noch mal eine Frage an Sie. Wie kann denn dieser Prozess durch Sie moderiert werden? Es ist ja schon eine Menge geschafft, das höre ich auch ein Stück raus. Und trotzdem, es geht ja weiter. Wie ist da Ihre Rolle, genau? Wie wird das moderiert durch Sie, durch CIMA GmbH? Genau, also unsere Aufgabe ist zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Wirtschaft reden, wir haben dann natürlich den einen großen Knackpunkt für die Zukunft. Das ist der Lückenschluss der Autobahn A14, zwischen die schnellste Nord-Süd-Verbindung, die es dann mal sein wird, wenn sie fertiggestellt ist, zwischen den Ostsee-Häfen und München, dann über die A9. Und wir wollen die Region einfach auf ein Level heben, dass man sich gemeinsam nach außen vermarkten kann. Und das werden wir auch tun, jetzt beispielsweise im Oktober auf der Immobilienmesse Expo Real in München, wo wir tatsächlich eine Region vorstellen, als wirklich eine Einheit. Und da machen wir natürlich die vorbereitenden Maßnahmen. Wir geben eine Broschüre heraus, die sich mit der Region als Standort befasst. Wir werden eine Internetseite starten vor der Expo Real, die sich genau dasselbe Thema hat, die Investoren anspricht in erster Linie am Anfang und dann später auch für weitere Themenfelder geöffnet werden kann. Und wir gehen auch eine Gewerbedatenbank, eine gemeinsame für die drei Kommunen an. Also wir haben auch in dem Bereich viele Projekte. Und das ist auch Ihre Rolle, die Investoren direkt anzusprechen für die Region? Das werden wir auf der Messe natürlich tun. Also da sind wir präsent. Und wir werden danach auch natürlich Maßnahmen ergreifen, um die Region weiter vorzustellen, auch bei Investoren natürlich. Ja, liebe Zuschauer, wir erfahren immer mehr. Und es ist ja auch in der Region eine Menge gemacht und geschafft worden. Trotzdem muss es weitergehen. Die Kultur spielt eine wesentliche Rolle auch dort. Dazu sehen Sie hier die nächsten kleinen Filme. Um die wirtschaftliche Entwicklung der Region abzusichern, bedarf es der Menschen. Diese wollen aber nicht nur arbeiten, sie suchen auch ein gutes Wohnumfeld und lukrative Immobilien. Diese Menschen brauchen Kultur und Natur. Schon jetzt gibt es in den drei Städten und in der Region umfangreiche Angebote. Das Ludwigsluster Schlossensemble ist ein Touristenmagnet. Auch die Burg in Neustadt-Grewe und die Fachwerk-Altstadt von Grabo sind beliebte Ausflugsziele. Die natürlichen Ressourcen der Region sind Flüsse, Seen, Wälder, wahre Paradiesorte für Naherholung und Freizeitsport. Die kulturellen Aktivitäten der Einwohner werden von Vereinen getragen. Ob Film, Kunst oder Geschichte, die Aktivitäten sind reichhaltig. Diese Potenziale gilt es noch besser zu vernetzen und gemeinsam zu vermarkten. Frau Radelow, die Kultur ist ja ein sogenannter weicher Standortfaktor. Und ich frage Sie jetzt, was bietet Neustadt-Grewe an Kultur? Für Besucher, für Touristen, natürlich aber auch für die, die dort wohnen. Also wie Sie schon sagten, Kultur ist ja so ein Faktor, der das Leben auch lebenswert macht, nicht nur die Arbeit, sondern möchte ja nebenbei auch noch ein bisschen was erleben, Kultur erleben. Und wir bieten natürlich in Neustadt-Grewe eine Vielzahl von Sachen an. In Neustadt-Grewe, aber auch wieder, muss ich sagen, wir bieten auch darüber hinaus. Also wir vermarkten und wir informieren genauso auch zu Aktivitäten, die außerhalb von Neustadt-Grewe stattfinden. Das heißt, kleines Fest im Großen Park oder das Lichterfest in Grabo. Also wir nutzen dort die Ressourcen gegenseitig, um darauf hinzuweisen, weil nicht jede Stadt kann für jedes Klientel an jedem Wochenende ein passendes Angebot unterbreiten. Aber in der Vielzahl, in der Masse der Angebote ist mächtig was los bei uns in der Region. Für Neustadt-Grewe, Herr Mach hat es vorhin angesprochen, ist unser Burgfest, das schon deutschlandweit bekannt ist. Bei den Kämpfern ist es weltweit schon bekannt, diese Schlacht, die dort stattfindet. Und wir haben teilweise bis zu 20.000 Gästen. Wir haben von der Stadt initiiert, Burgart sowohl im Frühjahr als auch im Herbst. Es ist ein Kunst- und Handwerkermarkt. Es gibt aber auch andere Akteure, die aus dem privaten Bereich oder ehrenamtlichen Bereich dort Veranstaltungen organisieren. Ähnlich ist es ja in den anderen Städten genauso. Wenn ich jetzt nächste Woche an die Burgwiesen denke oder wenn ich ans Drachenbootrennen denke am See. Also es gibt eine Vielzahl von Aktivitäten, Kunst und Kultur. Sei es Museumstage, die ja nicht nur bei uns, sondern in der ganzen Region stattfinden. Tag des Denkmals, Führungen. Also da sind wir schon sehr gut vernetzt, um in der Region ein vielfältiges Angebot bieten zu können für die Region. Und die Schlacht, die müssen Sie mir erklären. Welche Schlacht ist das, die Sie machen? Das ist, ich glaube sogar europaweit, die größte Huskalieschlacht. Also mit ganz Körperkontakt. So viel wie ich weiß, ist alles außer Kopftrefferzone. Also da geht es wirklich hart, mittelalterlich hart, wirklich zur Sache. Das ist nichts für weiche Gemüter. Also besser ein wenig Abstand halten oder mittendrin sein. Gut, hört sich spannend an. Vielleicht haben wir ja welche angelockt, die jetzt gerade zugucken. Gut. Herr Sternberg, auch an Sie die Frage, Sie haben es ja vorhin schon mal angedeutet, die Fachwerkhäuser, die erhalten sind, einmalig. Und trotzdem auch an Sie die Frage, kulturell öfter ja bestimmt auch eine Menge. Können Sie dazu kurz Stellung nehmen? Ja, kulturell glaube ich, kriegen Sie das, was Sie in unserer Region geboten kriegen, nirgends woanders geboten. Denn in welche Regionen können Sie reisen? Beginnen in einer mittelalterlichen Burganlage, in einer Stadt, kommen dann in eine Fachwerkstatt, in der das Handwerk zu Blütezeiten wirklich nach oben getrieben ist, reiche Kaufleute geschaffen hat. Und am Ende kommen Sie dann in eine auf dem Reißbrett entstandene Barockstadt mit einem wunderschönen Schloss voller Geheimnisse und besonderen Handwerkstechniken. Ich glaube, das ist die Kultur, die unsere Region aufmacht. Und so wie wir das mit unseren Veranstaltungen kulturell drumherum erfüllen, wie zum Beispiel mit den Festspielen, die wir in Grabo haben, die ja auch hier in Ludwigslust mit dem kleinen Fest im großen Park unterwegs sind, das macht das im Ganzen im Paket so besonders. Ich könnte jetzt ganz viel nennen, was ich ganz beeindruckend finde. Zum Beispiel, wissen Sie, was für mich Kultur ist, wo ich sage, dass es für mich auch ein Stück weit nach Hause kommen, ist meine Lieblingsveranstaltung in Grabo. Und zwar ist das der Heiligabend 18 Uhr in Grabo auf dem Marktplatz, wenn unsere Graboer Blasmusik vor dem Weihnachtsbaum ein paar Weihnachtslieder spielt. Und ich treffe ganz viele alte Klassenkameraden und Graboer, die dann vielleicht auch nur mal wieder für eine Woche Graboer sind, weil sie zwischen den Feiertagen zu ihren Eltern nach Hause gekommen sind. Das ist Kultur in unserer Region. Und genau das Gleiche passiert mir auch, wenn ich zwischen Weihnachten und Neujahr nach Ludwigslust fahre, um mal einzukaufen oder mal Kaffee zu trinken. Dann treffe ich so viele Leute, die man schon immer kennt. Und das müssen wir uns behalten. Und wir müssen auch mehr Leute davon überzeugen, dass das hier einzigartig ist. Einzigartig, ein wunderbares Wort. Herr Mach, das ist ja schon so viel erzählt und auch so tolle Sachen erzählt. Jetzt haben Sie die schwere Aufgabe, kann Ludwigslust das toppen? Oder genau. Wie das steht? Sie haben ja schon von den Kollegen gehört, dass für uns das Einzelevent oder der Event, das Event, gar nicht so das Bedeutende ist, sondern das, was wir gemeinsam haben. Und klar gibt es Sachen, die sind unglaublich gut schon bekannt. Das kleine Fest im Großen Park ist dieses Jahr im März ausverkauft gewesen. Das heißt, es findet im 2. August-Wochenende statt. Ab März kriegen Sie keine Karten mehr. Ich habe mal jemandem Karten empfohlen, der hat die seiner Frau zu Weihnachten geschenkt. Der hat kein Hotel mehr gekriegt, der hat auch keine Pension mehr gekriegt, auch kein Privatzimmer mehr gekriegt. Das heißt, da gibt es Dinge, die haben sich so gut etabliert, dass es schon schwer ist, sozusagen dafür Karten zu kriegen. Aber ich nehme mal den September. Jetzt im September, gerade am Samstag war hier in der wunderschönen Orangerie ein Standort der Lufus Luster Kunst- und Kulturnacht, die sich auch inzwischen so gut etabliert hat, dass ganz viele Menschen aus der Region kommen, die dann Freunde, Bekannte aus, weiß ich wie, entfernten Regionen mitbringen, ob das jetzt Leute sind, die hier mal groß geworden sind oder dass man Freunde von da mitbringt, wo man hingezogen ist, wenn man wieder mal in die alte Heimat zurückkommt. Wir hatten die Lufus Luster Klassik, also die Konzerte der Lufus Luster Klassik von den Festspielen in Mecklenburg-Vorpommern organisiert am Freitag. Wir haben am nächsten Wochenende die Velo Classico, ein Vintage-Fahrrad-Event, der versucht, sich zu etablieren, findet jetzt, meine ich, das dritte Mal in Ludwigslust statt. Also Freunde des Fahrradfahrens aus ganz Europa, ich glaube, der weiteste war jetzt nicht aus Europa, sondern kam aus Australien, die hier mit historischen Fahrrädern in historischer Kleidung starten, aber die ganze Region befahren. Da gibt es drei Touren in unterschiedlichen Längen und die längste geht bis nach Schwerin und bis nach Parchim auch. Dann haben wir das Wochenende drauf, haben wir die Landeswild- und Fischtage hier. Auch wieder ein Event auf dem Schlossplatz, der die Menschen anzieht. Und so könnte man de facto im Frühjahr beginnend die drei Städte nehmen und eine Veranstaltung an die andere rein. Das ist sozusagen ein Zeichen für Lebensqualität für die Menschen. Und Kultur gehört zu Tourismus, bei uns jedenfalls in unserer Region. Und insofern lebt und belebt sich das gegenseitig. Und das Thema, was mir noch in besonderer Weise wichtig ist, ist das Thema Wohnen. Haben Sie jetzt noch nicht angesprochen, weil ich einfach denke, wir müssen attraktiv sein für die Menschen. Wir müssen attraktiv sein für die Menschen, sonst finden die Unternehmen ihre Wege hier nicht her, weil die Menschen hier nicht leben mögen. Und deswegen ist das Zusammenspiel von Unternehmen, von Lebensqualität, von Kultur, von Tourismus so unglaublich wichtig. Und das macht man nicht zwischen zwei Ortsschildern, sondern das macht man regional. Ich fahre privat im Urlaub gerne Fahrrad. Und wissen Sie, das interessiert mich überhaupt nie, in welchem Ort ich gerade bin. Sondern mich interessiert, was da ist. Mich interessiert sozusagen, was ich erlebe in dem Ort. Und wenn ich da was erlebe, was mir gefällt. Dann gucke ich mir den Ort an. Und dann komme ich da vielleicht auch noch mal wieder. Und das sind die Dinge, die wir erreichen wollen. Und insofern gibt es da klar verschiedene Kampfplätze, wenn man das so sagen darf. Herr Schacher hat die Themen sozusagen schon genannt. Und hier sozusagen stark zusammenzuarbeiten und in der Perspektive noch stärker zusammenzuarbeiten und nach 2019 immer noch zusammenzuarbeiten. Das ist ja mein ganz großes Ziel, dass es sozusagen ja nicht den Effekt hat, dass wir ein Regionalmanagement haben, das dann auf einen Zeitraum begrenzt ist, der von uns und vom Wirtschaftsministerium dieses Landes mitfinanziert wird. Sondern dass es sozusagen etwas wird, was dann in der Perspektive zu einer kontinuierlichen Zusammenarbeit der Region führt. Also Sie sagen es im Grunde, es geht genau darum, langfristig, nachhaltig die Region zu entwickeln und weiterzumachen. Und ich sage nur, wenn ich das so höre, gut, ich wohne nun in Rostock, aber es lohnt sich in Ihrer Region wirklich zu siedeln, wenn ich das mal so sagen darf. Weil wenn man das alles erleben will, dann muss man ja vor Ort fast bleiben. Also mich beeindruckt das schon gerade, weil hier passiert eine Menge. Herr Scharre, noch in der Runde auch eine Frage an Sie. Es gibt jetzt so viel, was hier an kulturellen Ereignissen passiert, auch an Events, und es wird eine gute Kooperation gelebt. Das hört man auch in dem Thema. Ich will nicht sagen, jetzt haben Sie gar keine Arbeit mehr, aber in Richtung jetzt, gerade wenn Sie sagen, wenn Sie nach München fahren, werden dann auch solche Dinge dort präsentiert, aus dem kulturellen Bereich, auch wie es schon zusammen agiert oder funktioniert? Natürlich. Also wir nehmen natürlich die Zusammenarbeit, wie sie heute besteht, mit. Und vor allem, was Herr Mach gerade schon gesagt hat, die Lebensqualität ist einer der wichtigsten Punkte, mit denen man auftrumpfen kann als Region. Gerade wir befinden uns nicht, zumindest in der Nähe der Großstädte, also Berlin und Hamburg, sind wirklich nur einen Sprung entfernt. Mit dem Zug ist es eine Stunde nach Berlin. Das muss man sich vorstellen. Das sind Pendlerdistanzen, die man innerhalb von Berlin teilweise zurücklegt. Die Region ist einfach wirklich attraktiv und das nehmen wir natürlich mit. Und wird hochwahrscheinlich noch attraktiver, wenn ich das jetzt mal in die Zukunft spreche. Und die Konkurrenz ist ja dann wirklich auch nicht klein, wenn man jetzt gerade Hamburg oder Berlin, das sind ja auch durchaus Magneten, wo natürlich auch eine Menge Kultur, auch eine entsprechende Wirtschaftsanlegung passiert. Und von der Warte ist es ja sozusagen auch alle ein Ziel, sich im Grunde unter dieser Marke zu vereinigen beziehungsweise eben zusammen zu agieren, so wie Sie es ja auch schon erzählt haben und so wie es vor allen Dingen auch gelebt wird. Also toll, was ich so höre. Ich hätte jetzt zum Schluss noch mal Tatsache an jedem, den Wunsch, vielleicht relativ kurz, die Vision auszusprechen, die Sie als Bürgermeisterin und Bürgermeister und auch an Sie, Herr Schache, sehen für kurzes Statement für die Stadt und für die Region. Fange ich mit Ihnen an, Herr Sternberg. Okay. Also ich sehe unsere Region in den nächsten Jahren oder wünsche mir als Vision, dass wir eine starke Region sind, dass wir gemeinsam ein gutes Team sind, dass wir über 2019 hinaus einen Plan haben, eine Vision, wie es weitergeht. Und was ich mir am meisten wünsche, ist, dass wir zufriedene, glückliche Menschen hier in dieser Region haben und dadurch dann auch Unternehmen, die uns stark machen. Frau Radelow, an Sie bitte auch. Ja, meine Vision. Also es soll keine Stadt ihre Identität verlieren. Das soll keiner von uns. Jede Stadt hat seine besonderen Merkmale. Aber ich wünsche mir, dass wir als Region denken, handeln und auch leben. Also dass das ins Bewusstsein rückt, dass wir wirklich eine gemeinsame Region sind und dann auch entsprechend, auch wenn wir nicht mehr die Begleitung und Beratung durch die Zimmer haben, in diesem Sinne auch uns weiterentwickeln, um dann langfristig und nachhaltig diesen Gedanken des Gemeinsamen auch fortsetzen können. Ich wünsche mir, alles das, was die beiden Kollegen sich auch gewünscht haben, gar keine Frage, dass wir wahrnehmbarer werden. Insbesondere im Rahmen der Metropolregion Hamburg. Dass wir als Region definiert werden, von außen definiert werden. Und dass wir uns nicht selbst nur als Region definieren, sondern dass tatsächlich von außen eine Wahrnehmung entsteht. Da ist was. Die tun was miteinander, die nehmen wir wahr. Wir liegen am Rande, nicht ganz am Rand, aber ziemlich weit außerhalb der Metropolregion Hamburg. Und ich versuche immer, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, das auch zu transportieren. Wir haben am Übermorgen, Übermorgen? Stimmt gar nicht, Donnerstag. Die Ludwigsluster Gespräche hier zum dritten Mal. Mal initiiert vom Wirtschaftssenator der Freien Hansestadt Hamburg mit der Handelskammer Hamburg und der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin, um sozusagen die Unternehmen, die Wirtschaft dichter an die Metropolregion heranzuholen. Das wird wieder eine Möglichkeit sein, sozusagen als Region aufzutreten und wahrnehmbar zu werden gegenüber den Unternehmen, aber auch den Verwaltungen der Städte aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, um sozusagen als Region aufzutreten, wahrnehmbar zu sein und vor allen Dingen auch für Unternehmer, aber auch für Menschen sozusagen interessant zu sein. Gut, das war etwas länger, aber es ist erlaubt, nein. Und Herr Schache, vielleicht mögen Sie es nochmal zusammenfassen, beziehungsweise Ihre Vision ist natürlich genauso gefragt. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich würde eigentlich alles unterschreiben, was bisher gesagt wurde für die Region. Die Wahrnehmung nach außen ist einer unserer wichtigen Punkte natürlich als Regionalmanagement. Dieses, das hatte ich vorhin auch schon gesagt, ist einfach nach außen zu tragen, dass es diese Region existiert. Aber mir ist auch ganz wichtig, dass man das auch nach innen spürt, also dass wirklich dieses Bewusstsein auch innerhalb der Bevölkerung, innerhalb der Bewohner hier vor Ort, also dass das mehr ins Gewissen kommt, okay, wir sind eine Region. Das wäre für mich ein ganz wichtiger Punkt und dass wir eben, das, was auch gesagt wurde, dass der Faden nicht verloren wird, wenn das Regionalmanagement irgendwann endet. Also dass die Weichen gestellt sind und das auch bleiben, wirklich für die zukünftige Entwicklung. Genau, dass es einfach weitergeht und die Entwicklung voranschreitet und die Region, ich sage jetzt mal, erblüht, beziehungsweise einfach, dass es ihr noch besser geht und die Leute hier gern wohnen und gern arbeiten und gern leben. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, das soll es gewesen sein für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, bedanke mich auch in die Runde, mein Dank an die Gäste und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Machen Sie es gut. Tschüss. Machen Sie es. Musik 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 Musik